DIA Ich liebe DIA. Es ist eine Konferenz, die ich vorhin bin und ich plane zurückkommen. DIA ist ein solches Event, wo viele smarte Leute von all over the world zusammenkommen, um Ideen zu verabschieden und zu diskutieren, was in der Welt der Insurance passiert ist. Es ist großartig zu sein. Ich werde meinen Kollegen wahrscheinlich erzählen, dass es eine fantastische Veranstaltung war. Es ist das erste Mal, dass der dritte Tag dazugefügt wurde zu den Show & Tell Tagen. Und ich muss zugeben, dass der Tag mit den Keynotes, Features, den Fireside Chats war sehr insightful. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es waren wirklich auch sehr viele Leute da. Es gibt viele Menschen, die die Geschäftsführung verstehen, und sie sind wirklich für die Leading-Edge, die Cutting-Edge. Es ist sehr gut. Es war eigentlich ein bisschen anders, denn es war ein extra Tag mit vielen Thought Leader Sessions, das ich fand, war ziemlich gut. Denn es gibt die Kombination von in-depth Sessions, und die Speed mit den Show & Tellen. Es war sehr gut. Es ist eigentlich die einzige Konferenz, die ich zurückkehren zu. Nach einer Jahrzehnte von verschiedenen Konferenzen und was sie hatten. Ich dachte, es war eine der größten Zeit- und Zeit-Effizienten von vielen Firmen, alle an einem einzigen Ort. Ich denke, ich werde meinen Kollegen erzählen, wie unglaublich das Event war. Ich fühle mich, wie ich in einer Rock-Konzert war. Ich habe nie gesehen, wie diese Produktion in meinem Leben gesehen. Und ich werde mich auf dem Bilden herausfinden. ver Armenian ist einfach! Vielen Dank.